ZEIT 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 Euer Majestin ... Ich hoffe, ihr erinnert euch eures Versprechens. Die Schatzkammer des Maharajas liegt dort! Weht, wir reiten! Wie der Sohn eines Kriegers Ihr glaubt, ich habe Midnight verspült, als ich die Zerstörung sah? Oder ich sei nachdenklich geworden, als ich merkte, wie schnell eine heile Welt in einen Albtraum verwandelt werden kann? Ihr irrt gewaltig. In diesem Moment hatte ich nur eine Sache. Ich wollte in meiner ersten Schlacht für meinen Vater Ruhm und Ehre nennen. Ich bin der Schlacht. Das war's für heute. Nach Ohn und Ehre streckten an diesem Tag viele, um von ihrem König die Worte zu hören, der aus Trosrow zur Ostern sprach. Ihr seid der Tapferste, meine Krieger. Doch als mein Schwert Blut kostete, wusste ich, nicht durchdrücken würde ich die Anerkennung meines Vaters erlangen, sondern als der Mann, der zuerst die Schatzkammer des Maharajas findet. Die Schatzkammer 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 Mein Freund, euer Besuch bringt Glanz und Freude in mein bescheidenes Heim. Die Pracht Ersatz wird in der ganzen Welt gepriesen. Aber das Beste kommt noch. Ich überreiche euch den Sand der Zeit. Möge die Freundschaft unserer Königreiche so lange wehren, wie die Zeit selbst. Der Sand, warum glüht er? Ich kann es euch verraten. Die Sanduhr birgt ein Wunder, das kein Lebender je gesehen hat. Leider kann nur der Dolch den Sand der Zeit entfesseln. Und dieser gehört einem Höheren als mir. Einem jungen Prinzen, der seinem Vater kostbarer ist als alle Schätze Indiens. Äh, möglicherweise ist er bereit. Nein! Nein! Halt! Was geht denn hier vor? Ah, das ist ja sich, Kataha. Auf, das ist ja sich, Kataha! Oh, Alter! Gebt mir den Dolm. Nein, er hat den Sand der Zeit befreit. Ich kann eure Tat rückgängig machen. Gebt ihn mir! Prinz, benutzt den Dolch! Schlecht mit dem Dolch! Nimm seinen Sand! Jedes Mal, wenn ich sie niederstreckte, erhoben sie sich in der kämpften Wacken. Ich merkte schnell, dass ich sie von den elenden Damen befreien konnte, wenn ich den Sand, von dem sie besessen waren, in meinen Dolch suchte. Jetzt! Hörtet ihn! Hörtet ihn! Hörtet ihn! Oh, 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 oh. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ihr haltet mich für verrückt. Ich sehe es in euren Augen. Ihr glaubt, meine Geschichte sei erfunden. Vielleicht bin ich verrückt. Wer würde es mir verdenken? Aber ich versichere euch, dass jedes Wort wahr ist. Die Gästezimmer, in denen mein Vater, unser Hofstaat und ich die Nacht verbringen sollten, lagen kalt und ruhig vor mir. Der Sand der Zeit war hindurch geflossen und hatte alles Leben und alle Wärme genommen. Nur ich, die die Katastrophe ausgelöst hatte, war verschont geblieben. Gab es noch andere wie mich, die am Leben waren und sich in den Ruinen verbargen? Es sah nicht so aus. Hallo? Hallo? Au! Halt! Ich tue euch nichts! Hatte ich sie wirklich gesehen? Oder haben meine Sinne unter all den Schrecken versagt und ein Phantom geboren? Ich konnte nicht wohnen, dass ich sie nicht wiedergefunden hatte. Ich aber auch wieder tief bin. Dann zie ihn nicht. Ich trwő. Ich trwő. Sie gehen, Art. Fahrrad des Baumes. Was ist das? Das war's für heute. Das war's für heute. Ich konnte, wenn ich genug Sand gesammelt hatte. Nicht für mich, aber für meine Feinde. Das war's für heute. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Woher kam diese Vision, die mich wie fiebrige Träume überfiel? Wenn ich erwachte, fühlte ich mich matt und niedergeschlagen. Und jedes Mal trat ein, was ich sah. Als ob mir der Sand der Zeit einen Blick in die Zukunft gewährte. Das war's für heute. Was zum... Hallo? Ist hier jemand? Ich glaube, ich bin nicht mehr in Azad. Wasser. Ich bin nicht mehr in Azad. Ich bin nicht mehr. I am... Gebt mir den Dolch. Wer seid ihr? Ich bin Farah, Tochter des Maharajas, die mir den Dolch gestohlen hat. Das ist euer Werk. Ich sah, wie mein Vater zu Sand wurde. Und wir teilen sein Schicksal. Wenn ihr mir nicht den Dolch gebt, um eure Tat rückgängig zu machen. Euer verräterischer Visier gebrauchte eben diese Worte. Von nun an vertraue ich nur noch mir selbst. Lauf! Geh zurück in die Eingangshalle und warte dort! Los! Geh zurück! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alle vier! Nun bringt sie rauf und verbindet sie mit ihren Zahnrädern! Toll! Ich wusste, ihr schafft es! Jetzt fehlt nur noch eine Sache! Seht ihr die Plattform? Betätigt euren Hebel, dann bin ich dran! Was für eine Maschine ist das? Ich sagte, es ist das Verteidigungssystem! Verschwendet keine Zeit! Betätigt den Hebel! Geschafft! Geschieht den verfluchten Dämonen recht! Sie sollen den Tag bereuen, an dem sie den Palast von Azad angegriffen haben! Ach! 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 Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Was habe ich getan? Die Verteidigung des Palastes hatte ihre eigene Logik. Sie konnte mit einigen strategisch platzierten Schaltern in Gang werden. Ich lernte schnell, sie zu erkennen. Doch es schien, als hätte ich einen schweren Fehler begangen, als ich dieses System in Gang setzte. Denn es war besser dazu geeignet, mir nach dem Leben zu trachten, als einem Angreifer, der nicht aus Fleisch und Blut war. Geh! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Ich fühl mich stärker denn je. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Farah! Könnt ihr mich hören? Farah! 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 Hilf mir! Hilf mir! Das war's für heute. Tut mir leid. Warum? Ich weiß, wie es ist, den Vater zu verlieren. Das war nicht mein Vater. Was tut ihr? Hört auf! Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. So, das ist also der Dank, dass ich euer Leben rettete. Ihr versteht nicht. Ich brauche den Dolch, um eure Tate... Rückgängig zu machen? Ihr müsst mich wahrlich für einen Trottel halten. Eure Vorsicht ist berechtigt. Aber wie mutig ihr auch kämpft, diesen Feind könnt ihr nicht besiegen. Der Sand breitet sich aus und verschlingt... ...jedermann. Man sagt, ihr werdet ebenso gütig. Wie ihr tapfer seid, bitte glaubt mir und helft mir, die Sanduhr zu finden. Sie ist in des Sultans Schatzkammer, im Turm der Dämmerung. Woher wisst ihr das? Ich weiß es einfach. Kommt mit, wenn ihr drauf besteht. Aber ich warne euch, ich laufe schnell und ihr haltet besser mit. Wartet! Und ihr hattet Sorge, dass ich nicht mithalte. Ich decke euch! Besser nicht. Nachher trefft ihr mich noch. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das war's für heute. Oh, 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 oh! Verschwindet von hier! Mir schiebt ihr auch hinter. Und nun? Was tut ihr? Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Seid ihr in Ordnung? Wie lange war ich weg? Zu lange! Was, wenn die Sandbestien wiedergekommen wären? Lügen sie nicht! Der Schalter ist auf der anderen Seite! Seid ihr in Ordnung? Bleibt dort! Ich suche einen Weg hinein! Sie wollte den Donch stehlen! Und ich habe ihr das Leben gerettet! Sie hätte mich dort sterben lassen! Und hier stehe ich! Riskiere meinen Hals für sie! Und warum? Gute Frage! Hier bin ich! D Gen. Ich mache mich noch nicht mit dem Hals! Aber die Schafe hat mich noch nicht mit dem Hals. Ich mache ihn mit dem Hals! Ich mache ihn mit dem Hals! 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 Dreckig! Dreckig! Werden! Ha! Dreckig! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Das war's für heute. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Gut, beim nächsten Mal fangen wir an. Ich bin hier unten. Da seid ihr ja. Wir sollten uns nicht wieder trennen, gut? Es ist so ruhig hier, schrecklich. Aber auch schön. Für euch vielleicht. Seht! Ihr seid ein schmales, kleines Wesen. Wo sind wir hier? Wir müssen einen Weg nach unten finden. Ich kann das nicht. Bleib dort! Bleib dort! An den komm ich ran! Ich warte dann hier, oder? Ich kann das. Ja! Ich kann das. Ich kann das. Das ist nicht so ruhig. Aber das ist nicht so ruhig. Ich kann das. Das ist nicht so ruhig. Alles in Ordnung? Ich hörte seltsame Geräusche. Kein dauerhafter Schaden, danke. Au! Da ist ein weiterer Hebel in der Ecke dort. Kommt ihr da ran? Geschafft! Ihr seid ran. Hier bin ich! Zieht jetzt an eurem Hebel! An den komm ich ran! Ihr seid ran! Bleib dort! Zieht jetzt an eurem Hebel! Jaaar! Jaaar! Oh! Jaaaar! Jaaaar! Battery! Dieounced die Weg Burg�Fu! Jaaar! Äh! Brabım! Da верn. das ist euer Punkt cupboard. Das war's für heute. Geh! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Vorsicht! Oh nein! Bitte seid vorsichtig! Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Das geht mir gut. Hört damit auf! Das geht mir gut. Wo sind wir? Das war das Sultans Bestiarium. 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 Das Sultans Bestiarium. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Das war das Sultans Bestiarium. Das war das Sultans Bestiarium. Das war das Sultans Bestiarium. Wie haben die den Sandsturm überlebt? Die brauchten nicht zu überleben. Das war das Sultans Bestiarium. 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 Sultans Bestiarium. Da, ein Spalt! Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Da ist noch ein Spalt. Ich schaue mal, wo der hinführt. Das sagenumwobene Bestiarium von Azad, der Stolz des Sultans. Es war eines der Weltwunde. Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Nun war es ein Ort des Schreckens, eine verlassene Ruine, verwüstet durch den Sand der Zeit. Hier bin ich! Hier bin ich! Hier bin ich! Das war's. Das war's für heute. Ich sah eine Tür aufgehen. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Das war's für heute. Danke. Doch sie schien eine treue Begleiterin zu sein. Und ich gestehe, ich war froh über die Gesellschaft, das Menschen, das Fleisch. Ich komm nicht dran. Ich bin schwach. Ich bin schwach. Ich bin schwach. Das war's für heute. Fantastisch! Ich weiß nicht. Könnt ihr euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Au! Hier bin ich! Oh nein! Das Tor schließt sich. Schnell! So! Seltsam. Ich hab das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu werden. Ja. Sie hat ihn mit dabei. Soll ich dich nicht? Was ist das? Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ich warte hier. Gut, beim nächsten Mal. 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 Hinter euch. Gut, beim nächsten Mal. 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 Tschüss. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Seht, hinter diesen drei Türen befindet sich eine Art Hebel. Zwei Türen sind offen. Geschafft! Schnell! Bevor sie schließt! Nein! Das Wasser! Es fließt ab! Woh! 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 Das Gitter hat sich gesiegt. Das Gitter hat sich geschenkt. Zit! Bleib dort! Keine Sorge, mir geht's hier gut. Geine 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 Sorge, mir geht's hier gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Ich glaube, ich sehe das Glühen, von dem ihr spracht. Ich glaube, ich sehe das Glühen. 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 Ich sehe das Glühen. Ihr besitzt die Kraft von Rustam. Kein Vergleich zu eurem alten Schwert. Wo sind wir? Man sagt, dass der Palast auf den Ruinen eines Älteren erbaut wurde. Aber ich hielt das für eine Legende. Was machen wir jetzt? Ich geh schon. Was machen ich? Oh, oh, oh. WDR mediagroup GmbH 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 Hälf mir! 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 Musik Das war's für heute. Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Was? Wir müssen die Tür öffnen. Such nach einem Schalter. Die Tür ist offen. Ich gehe rein. Nicht! Wartet auf mich! Schnell! Die Tafel der Soldaten. Der Geruch von Essen drang noch aus der Küche. Wenige Stunden zuvor saßen hier Männer an den Tischen, die beim Abendessen kameradschaftlich miteinander lachten, wie die Männer meines Vaters in Seraph in aller Ruhe, die sich im Palast sicher vor Feinden fühlten. Sollten sie ahnen, dass der Feind schon unter ihnen war. Helft mir! Hinter euch! Ow! 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 Ah! 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 Untertitelung. BR 2018 Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Danke. Schon gut. Gut, beim nächsten Mal. Geschafft. Gut, beim nächsten Mal. Tschüss. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Tschüss. Gut, beim nächsten Mal. Gut, beim nächsten Mal. Tschüss. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. GmbH im Auftrag des WDR Ich warte besser hier auf euch. Einverstanden? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Seltsam. Ich habe das Gefühl, all das schon einmal erlebt zu haben. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Sie hält an! Noch einmal! Ich glaube, ich weiß, wie es funktioniert. Zieht jetzt an eurem! Zieht jetzt an eurem Hebel! Ich bin da! Ich lege den Hebel um! 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 Da seid ihr ja! Haltet durch! Ich betätige meinen! Ich lege den Hebel um! Ich lege den Hebel um! Ich lege den Hebel um! Wenn ihr unter diesem Tor durchpasst, bin ich beeindruckt! ich kannte dieses Loch! Ich wollte nur sehen, ob ihr es auch kennt! Lauf weiter! Lauf weiter! Pass auf! Gut, beim nächsten Mal fangen wir hier an. Sehr witzig, jetzt mach die Tür auf. Nein, im Ernst, er ist wirklich kaputt. Na gut, macht es euch bequem, ich suche einen anderen Weg. Bitte beeilt euch! Geht es euch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich weiß, wo ich bin. Dieses Tor führt zu den Bädern. Findet ihr den Weg dorthin? Klar. Der Weg von hier zu den Bädern sollte leicht zu finden sein. Gut. Ich treffe euch dort. Ich frage einfach das erste Sandmonster, das ich treffe. Könnt ihr mir den Weg zu den Bädern weisen? Vielen Dank. Psst, nicht weitersagen, zu meinen Lebzeiten war ich Bademeister. Ich treffe euch in den Bädern. Sie gibt mir Befehle wie einem Diener. Ich bin selbst schuld. Frauen muss man von Anfang an zeigen, wer das Heft in der Hand hält oder sie wickeln mich um den Finger. Ich war zu nachsichtig. Vielleicht, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Das hat jetzt ein Ende. Jetzt kommt sie an die kurze Leine. Vorausgesetzt, ich finde sie. Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Also, jetzt kommt sie an. Oh, 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 oh. Das war's. 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 Und... Das war's. 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 Oh, oh. Das war's. 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 Gut. Das war's. 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 Das war's.